Mit dem Mammut? Ja, du musst halt zwischenladen, ne? Zwischen den Schüssen. Ja, das sind halt vier Sekunden zwischen den Schüssen. Ja und? Vier Sekunden laden, dann hast du wieder drei Schüsse, oder? Ja. Ja, dann heilt doch der schneller als der Autolober. Ja, das Problem ist halt, das Problem ist halt einfach, dass der Mammut einfach groß ist, ne? Ich kann mich zum Beispiel mit meinem kleinen Schüssen hinter dir verstecken, kann ich hin und die anderen treffen mich nicht mit groß, bis du halt dann groß. Ja, so lange links wieder was? Jo. Wollen wir wieder durch die Mitte einfach? Ja, wir machen es jetzt genau. Ja, wieder drei, vierer, oder? Jo. Ja. Los geht's! In der Mitte, Richtung Cap, fallen die Dinger schon. Oh lol, war richtig hingewaldet. Ich seh's, auf der anderen Seite fallen sie hier. Erstmal das Mikro von uns. Oh, was ist das für die Unten hier um mir herum? Die Heavys sind auch bei uns. Aua! Ey. Ach, danke Schimmelfinger. Äh, Hippie. Warum schiesst vor mir keiner das Ding kaputt? Und wieder links und rechts daneben. Die Heavys sind so dumm. Äh, wollen wir nicht mal rechts einen Gang reinschießen für den Cap rein? Ja, mach mal. Ja, schieß mal, zumindest zum... Nein, der Heavys geht durch, der Herr, wer hat's gewählt, er muss durch. Boah. Los, nur durch. Alter, das sind alles Idiot, die rammen mich alle weg. Ja, ich brauch mal ein bisschen Hilfe. Der Kämpfer ist. Oh, die Käppen, Jungs, die Käppen. Ja. Ihr müsst sofort rein, komm, ich versuche hier noch bei den Heavys zu bleiben. Oh. Oh, was ist das für ein Vollidioten-Heavy da? Die sind alle dumm. Ich glaub, die checken noch gar nicht, dass man ihn heilen kann. Der hat mich nämlich schon wieder in den Schuh angeschaut, wie ich seh'n von Howard. Draus. Ah, ich hab, äh, ich, äh, ne? Scheiße. Fadi. Warum Jolo, denn ihr da oben so rein? Ja, Fadi, was macht ihr da? Hippe, nein. Oh, Achtung, da ist Wasser links. Ah! Ah! Bleib einfach stehen, Fisch, nicht zurückfahren. Facht ihr das? So, Robert, jetzt gib Gas und nimm gleich raus. Schön. Warte, ich nehm den anderen aus, ich nehm den. Hab das weg. Ja. Die da sind auch. Fält euch safe. Genau, immer auf einem da hinten genauen. Was? Seid alle holl, voll, holl. Ja. Ich hab auch gleich mal Lust auf Light Tank, ey. Ja, ist nicht soo... Oh, hinter uns. Oh. Egal. Ne. Ich hab kurz das mal hin, direkt. Alles easy gecappt. Die haben sich mit uns da oben zu lange aufgehalten. Jo. Oh, viel zu schnell verreckt. Ich nehm jetzt auch mal Light. Ne, ich fände uns n'n Foch. Ja, mal eine, mal eine Runde, mal festen. So, warte mal, ich brauch noch ein bisschen mehr Heel, aber... Guck mal, ich brauch immer 100-100. Ja, ich hab auch 100-100. Ich kann sie überall einführen, diese scheiß Munition. Ist geil, oder? Nein, du sagst. So, Martin, du machst dein Team heilen, Flumpf. Ja, erst mal mit der T92 in die eigene Reihe. Wir haben alle wieder Falle. Das wär geil. Was denn hier, so Dingens hier, Bergepanzer oder so, wird auch immer mal ganz witzig. Ja, eigentlich schon, oder? Das ist für Wirklichkeit, so ein Bergepanzer, genau. So ein Bergepanzer, so ähnlich wie die Heel-Money-Zu-Auswärts, weil halt ein Schießner, wo du dann an einen rangehen kannst und den zu heilen kannst. So, wo fahr'n wir hin? Wie immer, oder? Ja. Jo. Jo. Die 7er-8er-Linie, oder? Jo. Statt'n eigentlich immer oben? Lass das Plus im Weg. Ja, dann müssen wir doch noch die 4 aufhüben. Ja, die 4er-3er, ja. 4er-3er, ja. Jo. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Wir sind da noch nie durch, da oben ist uns das Plus auch nie aufgefallen. Aber da ist ja das Plus auch im Weg. Stimmt. Ja. Ja, ja, ich hab's gecheckt. Aber nicht so. Hier auf der anderen Seite, da ist ein Koppel-Plus. Siehst, jetzt fällt uns der Foch. Ja. Komm schon. Aber ich kann nicht, denn hier steht irgendwo im Arsch vor mir. Ja, das ist mal gut. Sie fahren sich schon wieder durch'n Cap auf die andere Seite gleich. So, ich hab' euch mal einen Weg freigeschaffen. Ja, fahren sich durch'n Cap. Hallo? Jawohl. Ja, fahren nicht so weit vor. Nein, Fadi! Ja. Bleib doch hier. Dann muss welche zuerst haben und dann fahren. Ja, aber alle da in die Mitte rein. Ich komm jetzt, ich komm jetzt. Da kommen jetzt gleich noch zwei von hinten. Oh, jetzt hab ich den verpettet. Finger, pass auf. Da kommen einige noch von hinten. Ja, ja. Kriegst du vielleicht noch ein, zwei Schuss Heil drauf? Ich brauch' nicht. Oh, Alter. Ähhhhh. Nicht vorfahre! Pass auf! Jetzt kann ich nicht mehr so schnell hin wie die Mammuts Damage machen kann ich nicht, ne? Achso. Oh shit. Ja, da kommt Verstärkung hinter dir, Senpa. Senpa, hinter dir. Ich brauch' Hilfe. Oh, ja. Bist du? Oh ja! Ja? Oh, scheiße. Nichts mein Paar nicht hier. Ja, ich... Was bleibt genau so stehen. Genau so stehen bleiben. Oh, sind wir vor den Schuss gefahren. Warum fahren die... Die Poltladinger nicht rein? Weil es Decken sind. Guck dir das doch an. Ja. Ich glaub, die checken dann... Ich will das ganze Titi nicht checken, dass man heilen kann, ne? Die das Gefühl haben, du schießt ihn an. Ja. Oh fuck, da fällt einer in der Flanke. Oh, oh. Ja, da kommt noch ein Problem. Cool. Wirkungstreffer. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaub, ein Foch hin bringt nichts Schnitzel, der ist so dumm. Da kommt noch ein Mammut hinter dir. Kämpfer. Zähle fast! Der ging voll durch ihre Panzer rum! 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 Ich seh sie nicht mehr! Need some hit! No! Okay, ich fahr wieder Foch. Mit solchen Bobs da... Ach, verdammt! Ich glaub, der checkt doch nicht, dass ich ihn an... Dass ich ihn... Bleib doch einfach stehen, du Idiot! Du bist den One-Shot rausgenommen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Moin! Ich kann doch nicht schreien, da! Moin! 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 Das war, das war ja mehr Krampf als Kampf jetzt! Weil die, das zwei Polardinger, die haben uns ja richtig verkackt am Anfang! So gepennt! wieso hab ich jetzt gar nix gekriegt? aber wir haben im Team zu wenig damage gemacht, Jungs, jetzt haben wir das eine naja, ich nehm wieder Foch, dann mach mir wieder damage wieder damage machen, hab ich nicht aufgepasst wow was denn? wow das kann jetzt beides werden wir haben keine Heiler ja wir haben dafür gut wir haben auch sehr viele Polarbellen und auch nur einen anderen Prozess ok wie immer ja fangen wir an lang hier heute rechts ne also Fahrtrichtung rechts wo kein X ist ok ja, 3er-4er-Linie genau los ich fahr' alle auf die andere Seite, wollen wir auch auf die andere Seite fahren? nein, lass' mal hier aber lass' ich hier nur zwei rein oder so aufmachen 3 Polarbellen, der erste Panzer vor uns platz ist wir haben die Heils, wir haben ja zwei Heiler hier also Dings, Hippo und ich ja, die haben die anderen nicht fuck ja, die anderen sich auch nicht zu die anderen sind ja, stimmt schiessen sich direkt zum Cap werden wir uns auch mal durch den Cap durchbauen hier ja, wir sind hier ja, wir sind hier vor uns oh Alex wieso kriegt keiner von euch Damage, man ich will heal'n pfff der Fien hat einfach nicht jetzt Schnitzel hat Damage gekriegt Mann, Fadi, jetzt friss doch mal ein na, hier, Pippe, Schnitzel da ja, Schnitzel kriegt schon äh, Nuklearfisch, bau dich schon mal bitte jetzt, Fadi ja Schnitzel, du musst weg von Fadi aber nicht blocken hier, du wir können nicht durch die durchschießen jetzt, so ist gut, so ist gut, so ist gut du musst nur warten bis drückt er jetzt, gell? ja, ich bin hinter dir fuck fuck, jetzt sind wir au, 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 ich brauch hier jetzt der, über den Cap da ist gar nicht schlecht hier ist, schau mal jemand hier kannst du genau, ich bleib bei einem Zweiter oh oh da kann ich nicht durchschießen da kommt eine, rechts Achtung, Hippe, Schnitzel äh, Schnitzel naja ich will den einen mit, glaube ich, Angst haben richtig viel, oder? ja, ich bin da, keine Angst hier, pass auf, da steht noch ein zweiter da hinten, pass auf naja oh, ich schaff's nicht, Fadi, du musst weg oh, so ist es so was? fuck, ich treff nicht ja ich glaub, der ist jetzt in der Falle ja aber ist nicht gehört we too warte, Schnitzel, ich heil dich noch mal ne Runde hoch, ja so ist doch noch mal der oh, ich will damage sonst zählst du nicht mal für die, für die Mission, eh ich hab hier gleich Strongheart, Defense ist gleich weg cool, auch schon hier Robi oder so ist ja auch noch da jo ja, zwei oder eine Runde schaff ich den eine Runde auf jeden Fall weiter mal gucken oh, ok, eine Runde nur noch ja, was was boah, Gott, unsere hat ja nicht mehr einen Clan was? oh, Gott da sind irgendwelche zusammengeschusterten, oder? ja, ja, ja die haben keine Ahnung, das ist traurig wir machen mal gleich gleiche Taktik wie gerade, würde ich sagen jo egal, wir haben wieder drei Oh, dieses blöde Surfer hat Christus überhaupt nicht mitgekommen. Guck mal, tsch 8 Bits und so, you know? Okay, die schießen sich auch durch auf der anderen Seite. Nö. Ali, pass auf, bleib. Oder? Doch. Oh, mein Schuss. Fokus auf Fox. Ich brauche Heilung. Oh, ich krieg nicht ran. Ah, schaffen wir nicht. Oh Gott, ich muss weg. Rechts Mammut, links mein ich. Ah, die kriegst du den Fauch raus. Ja, ich krieg den raus. Scheiße, ist das schwer. Links. Noch mehr Mammuts zurückziehen. Erstmal. Zumindest unsere Fox müssen sich zurückziehen. Ja, bitte. Ich fahre rein, ich fahre rein. Oh, Fisch. Zieht euch zurück, zieht euch zurück. Und stirbt Fisch weg. Achtung, Hippe, Achtung, Hippe. Ich muss achten, ich fahre durch, Fisch. Hier auf mich. Oh, Heilung. Oh, ich bin tot. Ich habe keine Heilung bekommen. Ja, wir haben ein Problem, dass wir selber hier beschossen werden und so, ne? Was machen denn die da? Ja, cool, ich bin hier gegen einen. Ich bin hier. Oh, ich bin hier durch meine Schule. Oh, ich bin hier zufrieden. Ja, das mein ich. Ich bin jetzt einfach anfänger, ne? Das ist blöd an diesen, an diesen, Moods, das halt die, die größten Bobs, das Spiel könnte keine Ahnung haben. Oh, das ist doch wahr. die haben wirklich lehmann also alle bei uns alle die waren alle noch am Leben und haben gegen ein einzigen Fall oder zwei Panzer verloren richtig dumm die haben ja auch Glück und manchen keine Ahnung was die machen schön die größte Zeit zeigen die sie haben meine Fresse war alle Schüsse versemmeln hinter ihm stehen einfach zwei Warnschutz und ein Magazin na gut alle haben sich die von zwei Panzern rausnehmen lassen der ganze Zug alle bei uns aber ich glaube es ist wirklich besser wenn man doch von der ganz von ganz rechts und ganz links kommt kann man nämlich nicht von den Seiten angegriffen werden so kommt es halt immer vom Cap oder was von sonst wo so so